Joa hallo und willkommen zu einem neuen Video Leute, wir spielen heute eine Challenge, die es so noch nicht gegeben hat, also seid auf jeden Fall gespannt. Und hier sind die 4 Gewinner von meinem Gewinnspiel, die blende ich jetzt ganz kurz hier ein und ich würde sagen, sehen wir uns jetzt direkt nach dem Intro. Wir sind in einer Runde Leute und wir spielen heute die 360 Grad Challenge und zwar werden wir uns heute, bevor wir jemanden töten, vor den Gegner stellen und 360 Grad drehen und dann den Gegner versuchen zu töten und es ist mega lustig, wir versuchen es einfach mal. Also wenn ihr schon mal mehr davon sehen, Leute, jetzt auf jeden Fall schon mal gerne einen Like da lassen, vielleicht knacken wir wirklich die 150 Likes, Leute, das wäre für jeden Fall sehr, sehr krass. Und wir beginnen einfach mal, indem wir uns rüber bauen. Okay. Schnell in die Mitte. Oh, ich glaube hier waren schon welche. Ja, egal, egal. Ja, hier waren schon welche. Oh, hier liegen noch hier. Da, 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 okay, guck, guck, okay, da sind welche, komm. Schnell mal snacken und dann probieren wir mal aus, ob wir das schaffen. Ich probiere es mal einfach von der Seite, einmal drehen. Oh, lol. Drehen, Lars, du musst dich drehen, Freunde. Hab ich doch eben. Wir gehen rüber und drehen uns einmal. Mit dem Schwellen. Weil ich, das ist, wie soll das funktionieren, das ist so krank. Okay, kommst du? Ja, ja, ich bin durch die. Wir rennen hin. Warte, geh hier von der Seite. Okay, geh, wir saven hier an der Seite. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Drehen und... Rennen? Rennen? Drehen und... Oh Gott, ja! Kriegen wir den? Nein! Nein, er hat dich bekommen. Okay, oh Gott, ich habe ihn bekommen, ich habe ihn bekommen. Oh nein. Ich habe ihn bekommen. Okay, komm, das schaffen wir noch. Hinter dir, hinter dir. Oh Gott, drehen! Nein! Okay, Leute, wir gehen in die nächste Runde. Wir sind in einer neuen Runde und versuchen unser Glück nochmal. Und Leute, die Challenge ist einfach so genial. Ihr müsst auf jeden Fall mal ein Like 이건 lassen, Leute, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Wir haben auf jeden Fall aber richtig cool. Okay, lasst uns direkt wieder rüber gehen. Und ab geht's, Schulzeit ist vorbei. Wir müssen uns noch höher bauen, glaube ich. Wo? Komm mal hier runter. Nein, ich bin noch runter, okay. Ich bin wieder gefallen. Jetzt müssen wir uns aber drehen vorhalb, bevor wir auf die Platte gehen. Okay, jetzt weg. Wohin? Nein! Nein! Ah! 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 Okay, seht ihr noch, ich dreh mich und lande auf ihn. Und? Bin tot. Verdammt! Was war das denn? Wie soll denn das funktionieren? Ich eile zu dir! Und? Oh Gott! Oh Gott! Ich hab noch gesaved, ich hab noch gesaved. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn! Oh! Den ein. Nice, nice MLG auf jeden Fall. Okay, komm, lass mal zur Seite. Oh, Alter, das war richtig knapp. Okay, der andere kommt, der andere kommt. Er ist runtergefallen. Lol. Es ist so schwer, es ist so schwer. Leute, es sieht verdammt einfach aus, aber ihr müsst es mal ausprobieren, euch 360 Grad vor dem Spieler zu drehen, bevor ihr ihn tötet. Da vorne ist der, da vorne ist der. Pass auf. Ich will jetzt nicht sterben, ne? Ich möchte echt nicht sterben. Guck mal, der kommt schon so. Leute, ich hab'n Dierschwert mit'n Knockback. Oh mein Gott. Das wird nix von da. Der hat bestimmt nen Angel. Guck mal, er safet sich schon. Er safet sich schon. Warte, wir wollen uns einfach hier n bisschen höher. Okay. Acht, okay, ja, 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 komm. Hinterher! 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 Einsatzkommando! Hinterher! Ich dreh mich einmal. Okay, warte. Und werf Schneebele? What the fuck? Was war das denn? Schade, ich hab's nicht geschafft. Ey, wie hoch bin ich denn wieder geflogen? Was war das denn, ey? Okay, warte. Ich bin jetzt hier oben auf jeden Fall schon mal. Dreh mich jetzt. Ich dreh mich jetzt auch einmal. Ich dreh mich jetzt. Zack! Oh. Jetzt hast du ihn nochmal. Ja! Oh mein Gott! Ich hab's nicht gesehen, aber... Oh mein Gott! Wie geil! Na, komm zu mir! Komm zu mir! Okay. Oh mein Gott! Die Idee, ey! Also Leute, wenn ihr Lust habt, öfter solche Shandles zu sehen, dann schreibt's auf jeden Fall gerne in die Kommentare und legiert dem Video jetzt schon mal auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn's euch gefallen hat, Leute. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal, Leute! Ciao! Ciao!